Jo, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem BlackBruce-Kanal. Hallo, Jo. Mois aka Zeus mit neuen Aussagen gegenüber Anis ETC. Ihr wisst, der Mann redet jeden Tag, ist ja jetzt auch im Rotlichtmilieu aktiv. Gucken wir uns auch mal ein paar Clips dazu an. Ein scheint chillt der da, ist ein neuer. Ja, chillt der da richtig viel, hat er richtig Spaß mit dieser Bianca. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wir gehen rein. Ich habe eine krasse Nähmaschine. Ich möchte unbedingt nähen. Kommt der Sarov, Digga, nähen zurück? Ich will nähen. Ich will wieder nähen. Ich will eine Maschine, aber mit Software und KI, die krasseste, die es gibt. Und ich will so eine Betrug für T-Shirts und so Maschine mit KI und alles. Aber tschi, der hat doch nicht bei Ihnen nähen. Also so ernst bei dir, hängt der da ab oder was? Ich dachte, ey, Shisha war. Ich will in einem anderen Raum nur malen, so ein großes Ding zum Malen. Krasse Bilder malen. Wochenlang, so gigantisch große Bilder. Aber wochenlang. I did an San Diego. Währenddem ich male, dann Chias einladen, die mitmalen. Was? Bro, es hat sich so gut angehört, da hat er wieder reingeschissen, ja. Der Maler. So geile Sachen, bro. In einem Raum kennst du die Skulpturen, wo du denkst, so was draus machen kannst oder so Töpfe und so, verstehe ich so. Und ich kann auch schmieden eigentlich. Und ich kann so löten und Elektrik alles. Wow, Bruder, er will ja alles machen. Oha, ja. Seine Zukunft sieht nach allem aus. Kann sein, er wird der nächste Politiker. Ich habe Sachen repariert und so. Ich habe aus Mikrofern Laser gemacht und so. Ich brauche eigentlich so eine Schmiede auch. Und ich brauche Mikroskop und Teleskop. Und ein kleines Chemielabon. Und eine Bibliothek. Eine Bibliothek. Und eine Sauna, wo ich streamen kann. Bitte. Gib Mois das größte Haus, was es auf dieser Welt gibt. Ja, er will wirklich alles drin haben. Zeig mal ein Handy, was zukommt. Dieses Handy ist krass, bro. Mann, ich muss sagen, ich halte gar nichts von diesen Handys. Voll uncool. Stell dir mal vor, du musst dein Handy aufmachen. Musst du ja nicht. Musst du nicht, aber es ist trotzdem voll uncool. Ich finde das schon praktisch, aber es ist nicht muss. Größter Dreck, Alter. Ich hoffe, Apple kommt nicht auf die Idee. Du machst das so auf. Kamera. Ist schon krass. Dann machst du so einen Trick hier. So. So. Voll die Kacke, Mann. Dann ist das hier aus. Wenn ich ein Tablet haben will, dann hole ich mir ein Tablet, Bro. Das ist kein Handy mehr, das ist wirklich ein Tablet. Der Display ist aus. Und das ist hier so an. Ein Handy und Frontkamera. Dann mache ich hier immer so TikTok auf. Schau. Das ist mein Content-Creation-Phone. Ich mache ein Handy dann auf. Hier so. Und mache Video. Und deswegen ist diese Android-Kameras, deren... Diese Android-Kameras sind qualitiviert, ist auch immer richtig komisch. Also wird richtig komisch komprimiert von den Social-Media-Plattformen. Dann auf TikTok, sagen wir mal. Na, richtig kacke immer. Dann ist die Qualität mit dieser Kamera. Ach, krass. Diese Klassen. Diese Hauptkamera, diese Klanken. Das ist krass, Bro. Das ist echt krass. Ich finde das krass. Really? 50k? Ja, aber nicht 50k. Das ist eine Frau, die im Dings arbeitet, wo Mois immer ist. Und mit der macht er aktuell paar Livestreams. Ich habe ein paar Sachen gesehen, die waren echt komisch. Ach, die verdient 50k im Monat, äh, in der Woche, indem sie sich... Boah, das ist schon... Das ist krass. Würde ihr euch für 50k die Woche auch durchnodeln lassen? Vielleicht auch mit ORF und so. All German Rappers don't have more money than you, man. I don't make every week, but... I know, but they don't make like four times in their life. Ja, ja, die lässt sich drücken. You know? We make when we want. They make some. We make when we want. You know what I want? I know what you want. Yeah, yeah. Und das wie viel 3k in dem Monat, du? This is... This is so gang. Das ist krass, ja? Ja, und aktuell ist er ja voll aktiv da, ne? Man macht voll viele Livestreams da. Digga, wo ist er so am Ende? Scheiße, der Arme. Digga, Alter, wo ist er? Ist aber ein ganz anderer Schritt mit ihr, ja? Ehrlich. Falscher Ehrgeiz. Ich meine das echt nicht böse. Schau mal, aber du kennst mich ja nicht, Abi. Du kennst nur meine Videos. Ich komme aus Krieg. Aber ganz kurz, wenn es kommt, dann hör doch zu Ende zu, ja. Ich komme aus Krieg. Ich bin seit 18 erst in Europa, Bruder. Und ich treig nicht einfach... Aber ganz kurz, bitte unterbricht mich nicht. Ich treig nicht einfach so hier ein Messer rum. Achso, der kriegt Messer um sein Hals, ja. Bruder, ja, der Typ ist doch... Das hab ich gar nicht gesehen. Ey. Ich bin ein Tschetschener und ich bin nicht ein Europäer, Bruder. Ich möchte mit dir nicht über meine Frau reden. Ich möchte mit dir nicht über Business reden. Und ich hatte noch nie in meinem Leben ein einziges Problem mit Geld. Ich hab heute, bevor mein... Er sagt, er hatte noch nie ein Problem mit Geld, Digga. Vor zwei Monaten hat er noch Videos gemacht, wo er jeden zum Spenden aufgerufen hat. Ja, weil er euch verarscht. Wie macht er zwei Monate, Digga? Vor ein paar Tagen noch, ja? Weil er euch verarscht. Er braucht kein Geld. Digga. Er braucht richtig Geld. Wenn du willst, dass wir zusammen etwas tun, weil du mich magst, können das gerne machen. Aber es gibt nicht eine Sache auf diesem Planeten, die sogar so meinen Vater mir geben könnte. Und ich hab meinen eigenen Vater dann... Was willst du mir geben? 33. Mir kann man nichts geben, Abir. Es ist schön, dass wir heute zusammen... Tschön. Das meine ich. Ich verstehst du. Und ich schau mich dir abzogen. Die Seele zu Seele. Wallah. Ich hab dich verstanden. Weil die meisten Menschen sehen uns nur als das. Nein, ich seh das nicht. Wallah. Ich mag nur diesen Abenteuer. Ich hab nur diese Leute aufgeregt. Scheiße auf diese Leute. Die wollen, dass wir über sie reden. Die platzen, dass wir heute so streamen. Das reicht. Bruder, wenn wir sie gar nicht erwähnt hätten, wäre am besten. Aber du hast sie erwähnt. Hast du recht. Lass sie unter... Na, okay. Digga, er läuft mit einem Messer. Bruder, der ist so durch, ne? Ehrlich. Was will er damit sagen? Ich bin jederzeit bei... Ja, ja, we're ready, Digga. Zack! Ist auch einer drinnen. Zack, 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 zack. Ganz schnell. Ich löse ihre Aktion aus, aber ich werde jetzt nicht auf ihre Aktion agieren, weil sie selbst nicht sind. Sie haben keine Talente und gar nichts. Sie können auf etwas reagieren, was schon etwas ist. Sie können sagen, ob sie es gut oder schlecht finden, weil es das Einzige ist, was sie dürfen, es gut oder schlecht finden. Und damit verdienen sie dein Geld mit gut oder schlecht finden. Aber ich mache etwas, was du gut oder schlecht findest. Hast du jetzt das System verstanden? Habt ihr das System verstanden? Das System verstanden? Nein. Okay, ich klicke. Das ist kein Problem, wenn es ein ZERO ist. Aber ich möchte, dass du morgen... Ich möchte, dass die Kamera sehen können. Hä? Wie schaut das in ihr vor? Nein, sie sehen? Oh! Ja, das ist ja auch nicht mehr aus Versehen, ja? Oh, hinten vorne! Verstehst du? Ich habe keine Zeit, Mann! Warte mal, ich habe keine Zeit, Bruder! Ich glaube, Anis hat sogar über ein paar Dinge geredet. Über diese Bianca und so, ja? Das muss man auch mal gucken. Auf jeden Fall, Limo! Nein, das hat nichts mit der Kamera zu tun, Bruder. Aber ich muss noch trainieren. Scheiße bauen! Guck mal, was geht denn ab? Doch, ich muss noch trainieren. Scheiße bauen, Bruder. Weißt du? Das ist kein Geister, ja? Man muss sagen, er ist echt viel live, ne? Und er ist wirklich in diesem Etablissement live, ne? Was für eins? Ja, Red Light! Red Light Etablissement, live! Wir sind aus der Schweiz! Der ist da, der ist da, ja? Ich wusste nicht mal, dass es sowas in der Schweiz gibt. Das ist crazy, ja? Mois hat mich auch geklärt, egal was Neues. Wegen Mois gelernt. Alter, ja? 1 2 3 2 4 4 4 5 4 5 5 Bis zum nächsten Mal.